Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Far Cry 3. Wir sind hier beim Doc, haben Daisy gefunden, sind in eine krasse Höhle rein, sind dann über ein paar, ich nenne sie jetzt einfach mal Filsterpilze getreten, die haben uns da angespuckt und dann hatten wir den krassen Rausch des Jahrhunderts, zumindest für Jason. Und dann haben wir den richtigen Pilz gefunden, ich nenne ihn den Latexpilz und da dann, jetzt hier der Doktor macht jetzt gerade eine krasse Medizin draus und Daisy hat dann den Doc überredet, dass wir unsere Freunde, wenn wir die finden, wieder zu ihm bringen können und unser Auto steht hier noch da. Ist das nicht nett von dem Auto? Oh ne, was? Hat sich gerade das Rad gedreht? Oh fuck. Ah ok, also mit dem Auto fahren wir schon mal nicht. Oh man, ne nehmt das Auto. Das ist ja nicht von dem Auto, dass du gerade hier stehst. Wir gehen jetzt erstmal Ziegenfarmen, bevor es weiter geht. Immer ein bisschen leiser hier, damit ihr mich hier ein bisschen scheiße reden hört. Los, weiter. Ja ok. Ja jedenfalls. Wir sind jetzt erstmal Gegner. Wir müssen uns verteidigen. Wir brauchen nämlich ein bisschen mehr Munition, habe ich mir gedacht. Und ähm... Ja jetzt scheiße ich das. Ne, ich scheiße drauf. Wir brauchen ja Geld. Oh, hier wird schon wieder geballert, wie Sau. Wo brauche ich den jetzt gerade einmal erzählen? Verdammt ja, Typ. Wo ist denn der andere? Oder hier, ja. Ja, weiß nicht, wo ich jetzt gerade dabei war. Jedenfalls möchte ich gerne ein bisschen mehr Munition mit mir tragen können, ein paar mehr Waffen mit mir tragen können. Dafür brauchen wir Ziegen. Deswegen habe ich im letzten Part am Ende schon mal noch ein bisschen Waypoint auf Ziegen gesetzt. So, dann fahren wir jetzt mal hin und gucken, ob wir das hinbekommen. Ich wollte mal noch gucken, ob man irgendwie das Radio ausschalten kann. Bei Teil 4 habe ich gesehen, kann man es mit SZ bzw. scharfes S machen. Jo, aber ich nicht. Oh, da oben sind die irgendwo. Gestern habe ich noch ein bisschen Rocket Beans TV geguckt auf Twitch. Ach, das war schön. Ich finde das ja so toll, dass die Jungs sozusagen jetzt auch davon befreit sind, von der, ähm, naja, davon, sich anderen unterwerfen zu müssen, in dem, was sie hier machen, sozusagen. Jetzt wirklich endlich ihr eigenes Ding machen, davon, wo sie quasi seit Jahren ja schon von geträumt haben. Machen sie jetzt endlich. Ich hoffe, das wird auch wirklich was. Ich fand es jedenfalls gestern schon wieder echt toll. Wir haben die, ähm, ihr Rollenspiel weitergespielt. Tears, Teil 3. Fand ich cool. Hidden Paper. Ist eine geile Scheiße. So. Oh, fuck. Oh, fuck. Wie, jetzt von hinten noch einer? Diese Kugel habe ich für dich aufgehoben. Ja? Ich habe mir 60 für dich aufgehoben, du Vollidiot, Mann. Wo ist denn jetzt hier noch einer? Oh, aus dem Wasser raus, ey. Mann. Und noch mehr. Oh. Kinders. Macht mich nicht schwach. Ich fahre jetzt einfach weiter. Ich will die Ziegen. Ja, jetzt kommt wohl da vorne natürlich noch einer, ey. Was ist denn jetzt? Ach, fuck you. Tschüss. Ich habe ja keine Zeit für euch. Nur weil ihr hier einen Treffpunkt habt, um euer Mett zu rauchen. Na, gerade gucken wir mal. Die Ziegen. Ja, fangen wir ganz gut. Wir hätten auch einen Schnellsprung machen können. Fuck. Ja, na, Schnellreise. Ach, verdammt. Aber da hätte ich mir nicht diese entspannte Musik hören können. Oh. Fuck. Dann müssen wir hier oben lang. Ähm. Ab hier können dann schon Ziegen auftauchen, hoffe ich mal. Ich meine, klar, Ziegen können ja überall gespornen, aber dort sind sie wahrscheinlich am häufigsten anzutreffen. Von dem Turm aus hätten wir bestimmt einen guten Blick. Oh, da gibt es Mad Kids. Ach, ne. Ach, da muss ich was ausliefern. Ja, komm. Das machen wir mal. Bringen dieses Fahrzeug samt der geladene medizinischen Ausrüstung zum Markierungsfackel, bevor die Zeit abläuft. Ja, machen wir. Okay. Nein, gut. Bis hierhin? Nicht weit. Achso. Okay. Das sind die Waypoints. Uiuiuiui. Warum auch kompliziert, wenn es einfach geht. Das war's schon. Hey, willst du Stress, oder was? Komm mal her, hier. Was willst du, hä? Was willst du? Komm hierher, du ziehst deine Waffe, oder was? Junge, ich hab hier die AK und ich zieh auf deinen Kopf. Und du bist, hast auch eine AK und zieh jetzt nicht auf meinen Kopf. Also, wer ist hier der Gewinner von uns beiden? Ach, du brauchst eine AK. Dann ist ja in Ordnung. Au, Rüstung. Nice. So, dann darf ich wieder ab, Freund. Das war mir eine Ehre, dir auf den Kopf zu zielen und nicht abzudrücken. Auf zu den Ziegen. Zehn Ziegen zogen. Zehn Zettner. Zocker. Okay, ich hab's nicht. Das ist so ein Ziege, oder? Das hat mehr gemacht. Nice. Jetzt haben wir doch eine Ziege. Ich hab das Gefühl, da hat ein Gegner unseren Schuss gehört. Erstmal zerstört, ich bin müde. So. Und so. Waffengurt. Waffengurt. Einfacher Waffengürtel. Eine Ziege. Zack. Boom. Ein Spiel auf dem Gurt, mit dem du zwei Waffen tragen kannst. Als nächstes brauchen wir Hirsch und noch mehr Ziegen natürlich. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ach da. Okay, warte, den schnippe ich mir. Könntest du den Zwerg untersuchen? Ja, saugeil, oder? Jetzt haben wir eine Schottie dabei. Nice, nice. Ich bin direkt neben dir. Das war sogar ein Kopfschuss. Ich hab den noch nicht mal mehr gesehen. Das ist wie bei Counter-Strike, wenn man direkt durch den Rauch irgendjemanden abballert. Das ist wohl voll geil. Und die anderen denken, oh, what? Cheetah. Aber eigentlich wollte ich gar nicht Schottie. Ich wollte eigentlich gerne irgendwas, was nicht so viel Krach macht. Wir machen jetzt mal eine Schnellreise. Weil das ist jetzt natürlich Voraussetzung, wenn wir jetzt irgendwie stille Missionen machen müssen. Oder Außenposten einnehmen wollen. Und zwar auf stille Art und Weise. Da ist das natürlich Voraussetzung. Also entweder ein Scharfschützengewehr mit Aufsatz, das wir uns nicht leisten können. Oder, ich glaube, wer speziell ist, ist das drinne? Einen Bogen, den wir uns nicht leisten können. Wow. Schick. Warte mal, wir können noch ein bisschen was verkaufen. Vielleicht haben wir genug Stuff dabei. Der Verkauf. Nein, das reicht, glaube ich, nicht. 972. Oh, vielleicht doch. Och, SK habe ich gedrippt. So, warte mal. Spezielles. Ja, Recurve-Bogen. Mit maximal einem Aufsatz. Äh. Ja, statt der Schottie. Ähm. Da brauchen wir da 300 für den Scharfschützenzielfernrohr. Oh, fuck. Ähm. 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 Wo ist denn hier Mission Medusa? Da oben. Oh. Ja, dann gehen wir uns mal da hin. Den da einnehmen. Was ist das? Recurve-Prüfung. Die müssen wir uns dann auch mal noch angucken. Aber ich mag jetzt erstmal so einen Außenposten einnehmen. Was gibt's hier rum zu brummen dabei? Wenn ich hier sage, äh, ich will den einnehmen. Blöde Frau. Ist ja unglaublich, was die hier machen. So, da ist ein Auto. Ja, so komme ich nicht weiter. Das Ende sind halt immer noch gute Wände. Erst spannen, abbrechen. Okay, das ist klar. Ja, dann steigen wir ein, mein Freund. So. Dann müssen wir wieder coole Musik einpacken. Ich habe vorhin von Rocket Beans TV gesprochen. Ja, Wahnsinn. Über was können wir denn mal sprechen? Was gibt's denn so für aktuelle Themen? Bei Kotaku habe ich heute gelesen, dass Piraten echt scheiße Arschlöcher sind. Alter, ihr seid doch wahnsinnig, oder? Eins. 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 Ja, steig ins Auto ein. Nennst du mich Arschgesicht? Was ist denn hier los, Junge? Hä? Nennt der mich Arschgesicht? Das Arschgesicht. Lassen wir die Leiche plünen, tut mir leid. Wir müssen uns erstmal um die wichtigen Sachen kümmern. Mann. Jungs und Mädels. Geht ja gar nicht klar, was ihr hier macht. Dann noch von hinten Hunde auf einhetzen. Tja. Ist ja unmöglich. So, da können wir noch ein paar Schäts mitnehmen. Wow. Ein paar Pokerchips. Immer gut. Schmecken lecker. Sind sehr vitaminreich. Sind die jetzt sch... Deine Mutter war das, Junge. Boah. Mann. Junge. Oh, ja. Ey, hier ist irgendwo ein Nest, Mann. Ja, verdammte Scheiße. Komm einfach her. Schießt ja voll daneben, Idiote. So. So. Ist jetzt vorbei? War das jetzt genug? Obwohl, so kriegt man ja auch noch Geld, ne? Oh. Wow. Jetzt verbringe ich ja meinen ganzen Tag damit, irgendwie Piraten Hunde zu jagen, oder was? Du spinnst wohl. Mann. So. Aus dem Posten wollten wir einigen. Genau. Ja, das stecke ich ein, halt. Den Schwein brauchen wir, glaube ich, auch noch. Ernsthaft, ey. Ey, er geht mir echt auf den Sack, verfatzt euch. Die hat die Kanade überlebt, okay. Ist natürlich ungünstig. Ich habe perfekt das Auto getroffen. Das war überhaupt nicht mein Ziel. Mann. Kann man nur so nervig sein wie die. Was von das? Ist gerade ein Auto explodiert. Alter. 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 Boah, ist ja weit weg, ey. Was machen die jetzt? Ich finde das interessant, aber zu gucken, was die machen. Was machen die jetzt? Oh, 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 oh. Frisst du Blei, du Lutscher? Mann. Nervige Scheiße, ja. Boah. Jetzt haben wir nicht so genug Auto-Auswahl. Ja, können wir wieder ein bisschen Medizin bauen. Jetzt zwei können wir nicht bauen. Jagd. Dinger, okay. Schön, schön. Schick, italik. Und dann haben wir jetzt ein Auto. So, komm mal hier, hier. So, wo müssen wir ungefähr lang? Müssen wir in die Richtung fahren? Noch ein bisschen mehr in die Richtung anscheinend. Ja, und dann machen wir geradeaus. Und dann kommen wir perfekt und hin. Nice. Entschuldigung. Entschuldigung. Kann man sich hier irgendwo weiter oben positionieren dafür? Ist jetzt nicht mehr so weit. Okay. Wow. Drei Pfeile. Unglaublich. Ernsthaft. Bin ich so kacke? Scheiß die Wand an. Mache ich es trotzdem. Da ist ein Hai. Von hier vielleicht ein bisschen. Ich dachte, es ist von hier einer angefangen kommt. Mitten drin. Ach, das war ungünstig. So, den nehmen wir schon mal. Klingt ja mal wie ein Auto. Ist das einer? Da ist ein Alarm. Der kommt direkt uns zu. Natürlich ist es cool, wenn der Alarm auch noch markiert wäre. Damit ich immer weiß, wo der ist. Das machen wir jetzt super sneaky. Oh, es ist ein Alter. Man hat sich da. Man hat sich das mal. Kacke... Alarm ist leider kaputt, Freund. Tja, war wohl nix mit Sneaky Peaky. Ja, mach das. Der Alarm ist kaputt. Geh dir vor. Oh, okay. Das war ja unerhört sozusagen, nicht? Aus dem Posten befreit. Kein Alarm ausgelöst. Ja, immerhin. Zwar nicht unentdeckt, aber kein Alarm. Einen Fertigkeitspunkt erhalten. Ich würde eigentlich nicht unbedingt die Schrotti mitnehmen. Wollte schon noch bei der Ack bleiben. Boah, Junge, erschreck mich nicht so, du Vollidiot. Mann. Gute Arbeit. Ja. Achso. Okay, da sind dann immer Missionen dran. Das ist nett. Leiche Plümer. Hm. Lange ist her. Stimmt, hier sieht es auch mächtig hässlich aus. So ein bisschen piratenmäßig halt. Da ist noch irgendwo. Da. Alles klar, und da ist auch noch. Und jetzt haben wir hier eine neue Schnellreisefunktion. Oh, nice. Ähm. Da oben drauf oder wo? Oder drin? Oder wie? Geht das hier rein? Ja. Ich bin bewaffnet. Das schaffe ich schon. Okay, ist alles in Ordnung. Mann. Bleib ruhig. Ich brauche noch. Ähm. Bin dahinter? Ne. Irgendwie. Scheiß Piraten. Alles Schweine. Wo ist denn die Kiste? Ach, guck. Hier ist die Tür. Boah. Na, da können wir uns jetzt gleich noch ein bisschen aufmunitionieren. Was geht hier ab? Komm. Packen wir es. Nehmen wir die Karte nehmen. Speicherkarte. Wow. Nietzsche. Jo. Geil. Oh Scheiß, so sage ich da mal. Da können wir uns ja für den Rekaufbogen tatsächlich noch den Aufsatz dann schnell kaufen. Ähm. Oder Scharfschützengebirge. Ne. Das ist mir für den Bogen. Der ist schön leiser. Die Saufer kommt bis zu einem. Ja, okay. Nett. Ja. Cool. Mal gucken, was wir noch herstellen können jetzt. Haben wir irgendwas dazu vielleicht? Ähm. Nein. Höchstens hier haben wir was so aufleuchtet. Verschwänsel. Siehste. Brennstoffgurt. Ähm. Pfeilkirche und größer werden noch. Cool. Da brauchen wir noch eine Ziege für. Ich wusste, wir brauchen mehr als eine Ziege. Jo. Okay. Cool. Ach, wir wollten uns mal ein bisschen. auch auf Munitionieren. Fällt mir gar nicht. Munition. Äh. Eventuell auffüllen. Okay. Nice. Ach, hier ist die Kiste. Mein Gott, ey. Alles klar. Wollen wir die Hauptmission jetzt weitermachen? Oder wollen wir noch den da drüben einnehmen? Ne. Komm, wir sehen uns hier grad so einmal im Run. Vielleicht machen wir doch was anderes. Ach komm, wir gucken uns jetzt mal die Mission an. Cash Reward. Geld, Geld, Geld. Wanted der Typ. Okay. Gesucht Tod. Ein Pirat hat eine Farm überlaufen, um Drogen anzupflanzen. Töte ihn mit deinem Messer. Äh, mit einem Messer. Mit einem Messer. Okay. Erreiche den angegebenen Ort. Machen wir. Gucken wir uns mal um. Der angegebenen Ort ist ungefähr da. Das heißt, es ist vollkommen schnurz, wo wir langfahren. Wir kommen irgendwann an. Also fahren wir einfach mal durch unseren Außenposten. Durch den wir gerade eingenommen haben. Dieses wunderschöne Stück Scheiße. Am Rande der Welt. Prost da. Und das ist vollkommen schnurz. War ich mal raus. Das ist vollkommen verschwunden. sich dran setzen das spiel übersetzen und einen privaten server dazu aufstellen sind wir auf dem richtigen kurs nee das war genau der weg den wir hätten nicht fahren dürfen jedenfalls bin ich mal gespannt ob da was draus wird denn dieses spiel ist ja irgendwie bloß mit schriftzeichen die ein normale europäer nicht lesen kann weil sie für ihren aussehen als wären sie aus nudeln zusammengestellt ich rede dabei von katakana hiragana und so weiter und sofort ihr kennt das ja alle wie die zeichen so ungefähr aussehen im japanischen und chinesischen und ich weiß nicht welche sprachen das noch benutzen ja jedenfalls da freue ich mich drauf weil sega hat es irgendwie bis jetzt nicht getan das spiel zu übersetzen das wollten sie eigentlich mal in deutschen bzw europäischen englischsprachigen raum auch rausbringen aber überhaupt erreicht den angegebenen ort ja da bin ich den typen na also den hätte ich jetzt so nicht gesehen ja kein thema oder wenn bloß so wenig leute sind da geben wir uns hier mal eins dickig verschwinden gegen wen kämpft ihr denn da ach leck mich hart am arsch das sind die kürrat ja perfekt multi kiegels takedown aber gut gemacht das war echt gutes timing von euch dass wir gerade zufällig hier vorbeigekommen seid das war ja dann deutlich einfacher als ich dachte einfach eine granate rein ja ja alle tot perfekt danke für ihre sonnenbrille danke für ihre granaten wow das war echt cool tschüss aber wie manchmal macht ihr die animation manchmal macht ihr die animation nicht das ist komisch ja geil ey 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 ich wollte mitfahren arschloch Oh, so wie mein eigenes Auto. Oh, guck mal da. Gut, da können wir jetzt noch eine Ziege jagen. Echt, das ist mir jetzt wirklich noch wichtig, eine Ziege zu jagen. Da ungefähr das Ziegengebiet. Nicht das Krisengebiet, das Ziegengebiet. Ho, ho, ho. Jetzt müssen wir auch die Lausche aufspannen. Wenn wir dann irgendwann hören, dann ist das ein Schaf. Äh, eine Ziege. Und wenn es macht, dann könnte es auch ein Schaf sein. So eine Ziege. Wie habe ich das Gefühl? Wir sind ja nicht ganz Ziegen mäßig richtig. Ja, natürlich bin ich das. Mann, endlich hast du dich mal vor mir erschrocken und nicht ich mehr vor dir. Oh, Mann. Ich habe keine Ahnung, wie lang es ist denn? Oh, Mann, der Karte. Doch eigentlich in die Richtung da noch oben. Also wir sind jetzt ja eigentlich schon im Ziegengebiet. Verstehe ich nicht. Okay. Wie gesagt, ich will jetzt hier noch eine Ziege sehen. Könnte ich nicht einfach irgendwo in eine Stadt reingehen und da lustig eine Ziege einfach jagen. Die haben doch da Ziegen, oder? Ich probiere das jetzt aus. Ja, das ist mir vollkommen egal. Schnellreise. Das ist mir jetzt wirklich scheißegal. Tut mir leid, dann, ich glaube, ich überziehe jetzt gerade die Folge gerade ziemlich massiv. Aber egal. Hallo? Habt ihr Ziegen? Wurde eben keine Ziegen. Was sind das denn für ein Hintergrund? Ja, mehr Affen, ey, aber haben keine Ziegen. Ich brauche eine Ziege. Oh. Das war eine Mission. Tätowierungen, der Raki hat. Er wird uns helfen. Was ist denn? Mein Liebling. Mein Juwel. Wie konnte sie das nur tun? Wegen einem Jungen? Einer. Lass mich reden. Hör. Meine Tochter Nadia und ein Freund sind fort. Sie wollen sich umbringen. Sie sind jung. Närrisch. Sie denken, das Leben wird niemals besser. Also gingen Sie. Bitte. Finde Nadia. Bring sie zurück. Sie ist jung. Wir suchten überall. Nein. Nicht überall. Wir waren nicht am Biharrock. Bitte, Herr. Kannst du nicht? Du wirst schneller sein. Okay. Du hast mich gerade Gott genannt. Dann mache ich das natürlich noch ganz schnell. Sorry, Leute. Ich dachte, ich kann da rein. Aber irgendwie war es dann eine Mission. Aber der hat mich gerade Gott genannt. Ich bin der Herr. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Einfach so kann ich nicht sagen, nö. Was? Oh, fuck ja. Du verlässt das Missionsgebiet. Ich wollte ein Auto da hinkommen. Achso, das war gar nicht mehr so weit weg. Guck mal, ich laufe drauf zu und gehe trotzdem weiter davon weg. Das ist ja frech. 140 und 50 Meter noch. 160 Meter noch. Wir entfernen uns von unserem Ziel, indem wir darauf zulaufen. Ja, liebe Leute. Ah! Dann ist doch Nadja. Nadja, nicht! Ich breche mir das Bein für dich. Scheiße. Hoffentlich sind wir keine. diesen Finanadja und ihren Liebhauten. Befreie das Gebiet von aggressiven Tieren. Ernsthaft. Okay. Das machen wir mit unserer Ack. Na, hoch hier. Wahnsinn! Was ist hier los, ey? Ein Leguan. Ein Leviathan. Ein... Ein Tier! Ah! Ja, komm mit! Wartet. Das können wir ganz einfach machen. Leute! Leute! Oh, ich hab natürlich auf den Berg geschossen, ey. Mehr Lust hier häuten. Was ist daran so schwer? Oh. Der war natürlich nicht ganz unklapp. Der hat mich beiseite geschoben, ey. Das NPC-Tier. Haha, das war witzig. Ja, ihr müsst jetzt hier mal kurz noch warten. Ich muss jetzt hier mal Komodo-Waran. Alles klar. Na, die sind natürlich sehr gefährlich. Aber hier haben wir natürlich keine Schnitte gegen den Ack. Kann ich den auch noch bluten? Nein, doch nicht! Bist du denn wahnsinnig? Mann. Das auf die gleiche Taste zu legen ist echt ungünstig. Der hat doch wenigstens noch einen Dollar dabei. Ist auch schön. Komodo-Waran. Komm her. Nadja. Erinnert mich an, an, wie heißt denn der Anime von früher? Blue Water. The Fist of Steel. Hallo, Nadja. Bist du Nadja? Bist du verletzt? Er wollte mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen. Aber als wir hier ankamen, redet er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Er... Er wollte mich erschießen. Wie bist du hier hochgekommen? Er... Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Geh nach Hause. Deine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. Okay, das war gerade ihr Freund. Der wurde von den Komodo-Warren angegriffen, hat sich von denen fressen lassen. Die ist hier hochgegangen. Wir haben die jetzt hier befreit in der wilden Wildernis und haben dann gesagt, ja, geh mal nach Hause. Deine Eltern machen sich Sorgen. Das ist die verächtigte Nadja nach Hause zu bringen. Wahnsinn. Tja, Leute. Ich muss mir das mal hier reinsetzen, Heizung anwachen. Jetzt regnet es immer ein bisschen kühler und so. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wie da wird es wieder heiß. Let's play Far Cry 3. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin und tschau.